Nicht nur Connectivity ist ein Megatrend der Automobilbranche. Auch die Themen Komfort, CO2-Reduktion sowie Sicherheit beschäftigen die Autobauer und ihre Zulieferer. Besonders spannend sind die Schnittstellen zwischen den Entwicklungsbereichen, die von diesen Trends betroffen sind. Daher investieren wir seit Jahren in fachübergreifende, innovative Technik. So haben wir jüngst ein Akustikzentrum in Betrieb genommen. Mit modernster Prüfstandstechnik stellen sich die Experten den neuen akustischen Herausforderungen der Fahrzeugentwicklung. Wie soll beispielsweise ein E-Antrieb klingen? Für einen Fußgänger ist er bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit praktisch nicht hörbar. Für die Fahrzeuginsassen stellt sich die Frage, ob sportlich oder gediegen die richtige Soundausprägung ist. Mit dem Allrad-Akustik-Rollen-Prüfstand erzielen wir für unsere Kunden die Analyseergebnisse, die diese Fragen wirklichkeitsgetreu beantworten. Ein stimmiges Klangbild für jegliche Antriebsvarianten und alle Verkehrsteilnehmer ist das Ergebnis. Das realistische Abbild der Fahrzeugakustik innen wie außen ist der entscheidende Trumpf der Anlage. Der Frisch- und Umluftbetrieb erlaubt eine Messung so, als würde das Auto auf der Straße fahren. Auch leistungsstarke Fahrzeuge können wir überprüfen. Die Antriebsleistung von 650 Kilowatt an den Rädern sorgt für eine schnelle Interaktion der Fahrzeugelektronik mit der Rollensteuerung.